Der Hotelier des Jahres ist das Branchen-Event schlechthin. Alle kommen, alle wollen gesehen werden und alle wollen ihn eigentlich haben, aber nur die wenigsten bekommen ihn. Und deswegen ist es das Event, wo man dabei sein muss. Die Auszeichnung Hotelier des Jahres bedeutet mir sehr viel. Es ist der Oscar der Hotellerie. Es ist uns eine riesige Ehre, dass wir beide und dass wir mit unserem Betrieb eine so fantastische Auszeichnung bekommen haben. Es ist eine Auszeichnung für unsere Mitarbeiter und wir sind extrem stolz. Das Besondere am Hotelier des Jahres ist sicherlich, dass man sich wieder trifft nach einem Jahr. Man merkt natürlich auch, dass man ein Jahr älter geworden ist. Man trifft viele Freunde, Bekannte, tauscht sich aus und es ist die Plattform in der Hotellerie unvergleichbar. Etwas Ähnliches gibt es sonst überhaupt nicht. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020